Ich bin Nils. Ich bin Christoph. Und als Dankeschön an unsere fast 400 Fans bei Facebook kriegt der Kölner Stadtwald jetzt vier neue Hainbuchen. Und wir zeigen euch jetzt, wie das geht, einen Baum zu pflanzen in ganz einfachen sieben Schritten. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, die ersten vier Bäumchen sind gepflanzt. Wir hoffen, dass das noch eine Menge mehr werden, dass das hier irgendwann ein ganzer Bootcamp-Wald wird. Chaka, you can do it. Bis zum nächsten Bootcamp. Das ist die wunderbare Aussicht der Bootcamp-Bäume. Wir machen das nochmal. Die ersten fünf morgen. Das ist die wunderbare Aussicht der Bootcamp-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Das ist die wunderbare Aussicht der Bootcamp-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Das ist die wunderbare Aussicht der Bootcamp-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald.